Der spielt hier gar nicht mit. Ach siehst du, das habe ich mir gleich gedacht. Aber du gesagt hast, deswegen sind wir doch gekommen. Naja. Kommen da noch welche? Das sind wohl die, die weggegangen sind. Kann sein, dass sie weggegangen sind. Also ich dachte, das ist ein Einakter. Naja, Einakter hätte auch genügt. Du hast dich doch gut amüsiert. Ja, ich mache das. Es passt ja auch gut mit dem Erben zu uns. Ja, aber man kann mit dem Erben.